Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns den neuen Gegenstand schon mal anschauen vom 10.02.2020. Bin auf jeden Fall gespannt, was reinkommen wird. Ich war gerade unterwegs. Ich komme nach Hause. Irgendwas von Beef, Mief, Messerstechereien zwischen YouTubern. Ungetanzverbot, Revi, irgendwie so ein Abdel oder so. Keine Ahnung, alle, was da passiert, Freunde. Könnt ihr mich unten in den Kommentaren vielleicht informieren, was da passiert ist. Ich komme, alles ist schon vorbei. Also, würde mich mal interessieren. Alle Videos, die ich anschauen wollte, wurden irgendwie gelöscht. Was auch immer. Scheint wohl eine große Sache zu sein. Vorweg, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Support-O-Creator-Code eintragen würdet. Generell auch die Videobeschreibung abcheckt, um zu meinem Partner Instant Gaming zu kommen. Dort könnt ihr euch Game Keys holen, Playstation-Karten, Xbox-Karten, sonstige Plattformen könnt ihr dort besuchen und Karten euch gönnen. Auf jeden Fall könnt ihr euch da auch noch Exklusiv-Skins gönnen. Würde mich also ebenso freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Wenigstens mal reinschauen und reinschnuppern, was da draußen in der Wildnis so abgeht. Und wenn ihr da bereits schon mal eingekauft habt, würde es mich trotzdem freuen, wenn ihr da auf den Link klicken würdet. Und trotzdem mal vorbeigehen würdet. Weil, Freunde, immer wieder gibt es ja auch von denen ihrer Seite aus Gewinnspiele, was mega korrekt ist. Und das wollen wir ja weiter behalten. So, was kommt rein? Was ist das denn jetzt, Digga? Hallo, was ist das? Okay. Scheint auf den ersten Blick wohl nichts krasses zu sein. Ich würde aber sagen, dass wir wie immer auf der rechten Seite anfangen, was da schon bereits abgegangen ist. Hier sind diese ganzen Liebe- und Kriegsskins drin von dem Event. Dann haben wir noch den Harley Quinn-Skin hier drin. Das Paket lohnt sich meiner Meinung nach am meisten. Dort hat man beste Preis-Leistungs-Verhältnis und spart sich auf jeden Fall auch eine Menge Kohle. Dann haben wir ganz rechts nochmal Liebe-Storn, Wutstreiterin und Anwärter. Als Rücken-Accessoire finde ich die beiden Skins ganz okay. Liebe-Storn jetzt nicht so krass. Wutstreiterin ist auf jeden Fall mega geil meiner Meinung nach. Harley Quinn kann man auch auf jeden Fall safe mitarbeiten. Ist auf jeden Fall ein Skin, der sich sehen lässt. Dann würde ich sagen, dass wir hier zu der rechten Seite kommen. Also zum täglichen Job sozusagen. Und dann mal reinschnuppern, was da aus der Wildnis abgeht. Hier sieht es doch auch schon ein bisschen interessant aus, würde ich sagen. Fangen wir mal als allererstes mit dem Luftgitarren-Emot an, Freunde. 800 V-Bucks war jetzt das ein oder andere Mal schon drin. 12 Mal insgesamt, zuletzt vor 30 Tagen. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir die Überlebenskünstlerin am Start. War zuletzt vor 23 Tagen drin. 33 Mal insgesamt. Auch ganz akzeptabel. Dann haben wir nochmal Prisma-Rand für 500 V-Bucks. War zuletzt vor 40 Tagen drin. 3 Mal insgesamt im Shop. Dann gehen wir weiter zu tiefer Depp. Tiefer Depp, 200 V-Bucks, Freunde. War zuletzt vor 29 Tagen drin. 9 Mal insgesamt. Auch auf jeden Fall ein alter Hase, muss man sagen. Punktlandung ist auch da. 500 V-Bucks war zuletzt vor 291 Tagen drin. Das ist auf jeden Fall recht selten. Und mit heute war er nur 3 Mal im Shop. Also ist schon ein recht seltener Charakter. Ist vom Bullseye-Skin. Finde ich auf jeden Fall auch ganz nice. Ist jetzt nichts Besonderes, aber kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Zum Highlight heute auf der rechten Seite. Der Trooper-Skin. Der war zuletzt vor 321 Tagen drin. 25 Mal insgesamt. Ist aber ein Skin, der sehr selten ist. Ihr seht, das ist halt diese komplett cleane Version in weiß. Sollte man sich meiner Meinung nach gönnen. Sollte man Minimum im Moment behalten, falls da noch etwas Krasses auf uns zukommt. Auf der linken Seite haben wir wieder ein paar interessante Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Fangen wir auf ganz entspannte Basis mal beim Bullseye-Skin an. Ins Schwarze getroffen. Der hat ja auch jetzt eine neue Version. Und zwar diese pinke Version, Freunde. 29 V-Bucks kostet... Äh, 29 V-Bucks, sag ich schon. Zuletzt vor 29 Tagen drin gewesen. 16 Mal insgesamt. Kostet 800 V-Bucks. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Dann, Freunde, gehen wir weiter. Hier haben wir nochmal ein paar interessante Skins am Start. Wie hier die Zuki. Die war jetzt zuletzt vor 30 Tagen drin gewesen. Ähm, dann haben wir auch nochmal Kupferwespe. War auch vor 30 Tagen zuletzt drin gewesen. Heftiger Hieb als Spitzsacke und Stachel als Lackierung. Von hier finde ich gar nicht leider gut. Also es gefällt mir irgendwie nicht. Ist nicht so mein Fall, das ganze Paket. Deswegen lassen wir da mal die Finger davon. Hier haben wir heute den Moxie-Skin erhalten. War zuletzt vor 35 Tagen drin. Fünf Mal insgesamt. Hatte auch zwei Versionen jetzt. Schlagfertige Axt ist auch da. So ein Boxhandstuh. Dann haben wir nochmal Abkühlung als Lackierung. Auch ganz entspannt eigentlich. Und im Generellen auf jeden Fall ein gelungener Shop, würde ich sagen. Wie gefällt euch der Shop? Daumen hoch, Daumen runter. Lasst mich gerne mal wissen. Und dann, Freunde, soll es hier erstmal mit dem Shop-Video gewesen sein. Wir checken natürlich kurz den Ready-the-Welt-Modus noch aus. Ihr könnt natürlich meinen Super-The-Creative-Code eintragen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir schauen in den Ready-the-Welt-Modus. Bald habe ich da 650 Tage lang eingeloggt. Also, mal schauen, was wir da bekommen. Erst letztens habe ich 1000 V-Bucks bekommen. Mal schauen, wann ich das nächste Mal 1000 V-Bucks bekomme. Ich kann jedem auf jeden Fall nur empfehlen. Wer die Welt noch nicht hat, sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Weil am Ende des Tages lohnt es sich, Freunde. Die V-Bucks sollt ihr da locker, locker, locker easy raus. Nur mit dem Einloggen. Und dann habt ihr ja noch Missionen und alles drum und dran. Und das gibt euch auch auf jeden Fall nochmal ein paar V-Bucks. Im Lama-Shop, Freunde, heute haben wir das Waffen-Lama. Lohnt sich jetzt in dem Fall nicht. Ist nichts Krasses dabei, leider. Und hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Soweit natürlich alles noch clean gewesen. Und das soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich dann verabschieden. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und Tschö. Bis zum t zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. bei Tschö! Musik Musik '. Musik